Würdest du zum Zahnarzt laufen, dir deine Zähne machen lassen, wenn dieser Zahnarzt keine Zähne im Mund hätte? Wahrscheinlich nicht. Warum laufen aber trotz alledem Millionen von Menschen Tag für Tag zur Bank und lassen sich Finanztipps geben, legen ihr hart erarbeitetes Geld in die Hände eines Bankberaters, der selbst Zeit gegen Geld tauscht und vielleicht 2.000 oder 3.000 Euro pro Monat verdient? Wenn er doch wüsste, wie man finanziell frei werden würde oder wie man sein Geld bestmöglich anlegt, dann würde er doch nicht für 2.000 oder 3.000 Euro bei der Bank arbeiten, oder? Was sagt uns das? Dass es heutzutage nicht mehr funktioniert, das alte Betriebssystem hier oben laufen zu lassen und hart für sein Geld zu arbeiten. Was Geld ist, wie Geld funktioniert, was der Geldfluss ist und wo der Geldfluss als nächstes hinläuft, genau das sind die Themen, die wir uns in solchen Cash-Live-Events anschauen. Und das nächste Cash-Live-Event ist schon diesen Samstag um 10 Uhr. Den Link zur Anmeldung findest du bei mir im Profil. Das Einzige, was du tun darfst, ist jetzt da drauf klicken und zu schauen, ob noch Plätze frei sind, um dir jetzt ganz schnell einer der limitierten Plätze zu sichern.